oh es geht los und mein gott leute strengen euch an ohne spaß und ich habe nicht mal geschäft mein texture pack zu schädigen ok die rennen aber richtung 2 so wie ich es gesehen habe aber als assassin können wir sowieso symbolieren laufen ja ich bin über falsch gelaufen kann der känger vielleicht gleich ein bisschen anfang eisen zu machen ist es jetzt 1 oder nicht ich war mit 1 und also zwischen 0 und 1 auf einfach richtung 1 ist der sumpf groß ja der sumpf ist groß ok gut also wir kriegen alle 40 40 und wie gesagt bei dieser kaltes extrem viel eisen an der oberfläche geht dahin die pilze droppen für mich leckt es gar nicht das schon da auch ein oberfläche nicht annähernd da fünf minuten zeit nach fünf minuten zeit das ist länger als sonst oder er hat klar lassen lassen wir alle treffen wir müssen unbedingt alle zusammenbleiben ja wie gesagt wenn die invisible zeit vorbei ist wir haben fünf minuten invincibility time da kann jeder für sich jetzt machen wenn die nein wir haben nicht fünf minuten wir haben nur fünf minuten auf wir können am außen zu sterben nach der invisible zeit treffen wir uns da bitte ok ich habe fast keine braunen pilze oh mein gott wir sind die gelb wir sind die grünen also ich habe so rot gelb ne was warum bitte konzentrieren danke ich fahre gerade nur pilze da kann man ja reden jetzt wir schauen wenn wir uns taktik überlegen das ist so schnell wie möglich vorweilung zu fahren und darauf zu gehen ok alle die alles für diesen ausgemachten treffpunkt es geht aber noch trotzdem fünf minuten in visibilität oder jetzt noch drei alles klar und ich bin ein bisschen bolz haben und eisen ich bin hier ich bin hier ich habe mir sehen sich einer vielleicht eine achse machen und für alle beruf haben ich bin gleich eisen fahren einer macht sich bitte eine achse und holt so viel holz wie möglich der rest von ähnlich ich mache schon mal eine achse ihr farmt eisen ok ich farm für euch alle bolz mit also ich muss das aus dem ofen holen jo du farmst ja ein paar du auch cola ab die sind circa 860 blöcke weg ok ok wer ist die gleiche aus dem wechselst voll der mensch laut passt auf jaja ich bin känguru ich kann nicht daran sterben einer macht bitte gleich öfen ok ich habe mir eine achse geraftet ich bin ich habe auch schon kann bitte an öfen gleich fahren und eine kohle der special ist farm kohle ja ich bin so inkompetent zum graften weil ich so aufgeregt bin und spaß leise leise einfach konzentrieren leute leise leise einfach konzentrieren leute nimmt da eigentlich wer auf oder streame? ja ich nehme auf ich streame Aufnahme muss zeigen ja aber streame ist circa dasselbe ey lass mich doch also NICE Alter ist tot ahaha muss das teamchat rausgehen ahaha wie geil Leute wir müssen das gewinnen was war er? er war ninja er war ninja richtig geil ja Leute jaa Leute komm steck mich an nicht aufhören nicht aufhören ich habe schon 15 Eisen ne oh mein Gott Leute von uns darf keiner sterben ich schwör ja seid verdammt vorsichtig ok ich brauche noch ein paar Sticks ich brauche noch ein Steinpick guck mal Sticks bitte und Sticks und Holz ja hier Holz er stirbt einfach am Fall der Milch Leute ich hab schon 28 Eisen ne hat irgendjemand Öfen? ja ich farm jetzt Öfen Ich bin so nervös Gees welcome ich mach hier schon 2 Öfen ne aber wir haben auch gewohnt die werden nehmen können weil jetzt müssen wir die Suppen verspäden ich mein Hunger ja nicht schlimm ey ich töte ein paar Kühe dann können wir das Essen braten er ist aber der einen an den master fokuss ich war noch nie so um er nervös in der hg-runde das ist so schön ich schaue dem korte ich bin nervöser als im korte weil ohne schaue ich weiß dass die leute zu gucken alle drei matches was passiert dann äh 3 ja was soll passieren haben wir drei gewonnen und sind ein gutes team würde ich mal sagen egal leute farmt euch bitte gleich dieses eisen und wo ist der typ mit den Bowls der mensch mit dem Bowls ja bringt die schon mal vorbei die sind 725 blöcke weg dankeschön ok leute macht euch eisenstache was seid ihr eigentlich alle ich sehe keinen von euch bei den koordinaten ich bin alle da warte ich geh zu dir lagsch ich komm zu dir lagsch alle lassen wir alle bei lagsch treffen ok äh ich hab schon Level 1 ähm Thorax schau mal kurz wo die sind weil ich kann mir vorstellen dass die jetzt handeln oder so äh ich brauche Balls ich hab nur die sind alle über 700 blöcke weit weg alle an Bord für mich ihr hinterlegt haben kommt es sind fünf Minuten vergangen Leute erzeitlich jetzt kommt es zu tun das heißt wird alle noch schnell machen ich habe ein weiteres Wort ich bitte auch unbedingt bei uns okay dann erfahre ich doch jetzt kommt so zu müssen jetzt alle zusammen sein ja ich bin aber ich glaube ich bin bei den gegebenen Koordinaten waren öffnen das kommt so unter der Erde oder übererdig nein das ist da ist so viel eisen an der Oberfläche das ist richtig wichtig dass dahin gehen kommt man zu sehen die sind so wie Pilsen aber wo ich sehe ich sehe ich sehe ich sehe ich sehe ich sehe ich leck schien ich hab ganz viel holz oh mein Gott ich bin zufrieden müssen wo ist denn alles äh ich hab ja guck mal da runter da sind die Öfen lass da runter lass da runter ich hole die Sachen raus ne mit nix raus ja genau lass uns alles rausholen soll ich kommen hat einer Stein für den Stein Picks oder pp true pp's an pp's an ich geh noch in den umgebung äh ich sag dir mal wie steht ob die kommen ein eisenschwert hat einer ein eisenschwert schon gemacht ne ne dann war jetzt eins die farben wahrscheinlich die farben sich auch die farben sich auch sind alle 700 weg so ok ich mach das erste egal Leute ich geh ein bisschen Pilze farben für mich so ich hab das 1 eisenschwert hab ich schon mal nice irgendeiner macht gib mir das eisenschwert ich bin ninja ja wer wer lecksch ja komm her zu mir oh sorry auch wer schüsseln oder so hier das eisenschwert macht einer muss für alle kraften dass wir nicht durcheinander kommen er macht so viele öfnen wie möglich ähm McDonalds kraftet für alle der ist eh specialist oder hat mir ne Spitzhacke für mich äh ja ich hab einer gib schon her ohne Spaß ich schwör dieses Adrenalin gerade ich so zweite spät anscheinlich wie weit sind sie weg wir haben doch schon abends ein kann ich oder behalten du es am besten selbst ich glaub sie kommen auf uns zu sind alle noch 600 blöcke entfernt kann sein dass sie auf uns zukommt sie denken ich glaub kann sein die wollen nicht dass wir uns eisen farben ok falls sie kommen alle hier in die schlucht runter ok alles klar ähm hier einer kann der eisenschwert auch nur eisenschwert haben jemand eisenschwert haben mach so viele öfnen wie möglich ne hinter dir Thurax warte ich kill den ich kill den ich kill den danke weil ich brauch nicht mich ey Thurax du kannst auch mit Slash Target Leute einzeln tracken gell ok Slash Target wie kommen sie kommen sie nein sie kommen nicht sie kommen nicht sie farm auch ich hab jetzt Steck Steck ich hab auch Steck Steck ich werde zumindest geistig behindert wenn ich hab jetzt Steck Steck im Farm also ein halbes Steck noch weil ich hab nur ich hab nur 10 10 und ich hab gleich im Blutlaub nicht verletzt uns das zurück farm so schnell wie es geht von Euron dass wir die so schnell wie möglich attacken können ich hab 23 eisen ja die werden unser Sport nicht sein gibt Kohle gibt Kohle in die Öfen unser Sport war richtig richtig geil äh ich mach Öfen ich mach mehr Öfen da kann jemand eine chestplate machen ne aber ich mach einer oder eisenschwert ja ich mach beides hier eins kannst du schon eine hat jeder schon eine chest nein ich hab noch keine ich hab noch gar nichts ja da kommt sofort zu bei uns zurück nehm mal kurz her ich entstand was also ich hab nur 7 und 20 eisen ja schaden ist alles drei schaden ist auf einem versuch also geht in die Umgebung halt ich war jetzt grad in der Umgebung da sind es noch richtig die Eisen hat einer jetzt noch gar keine chestplate ja ich ja komm her zu mir dann kriegst du eine dann mach ich schon mal eine große äh hier tut mir einer in die Öfen ja da ähm sag 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 mach mal Öfen ja äh äh urags ey manu hier aber du bist ähm hier bei nem du die Hose danke ja okay mach es so schnell wie möglich wie sieht es aus wo sind sie wie weit ich brauche noch ein Schwert geh weg da so wer braucht noch ein Schwert ich evil chicken okay wie weit entfernt sind sie ihm äh sie sind äh sie sind 691 ist Nitro äh warte schaden ist viermal schaden ist hier nice ok ok da hat er vorerst jetzt ab okay Leute Leute ich darf ich nicht haben was kriegt äh kennengelernt sollen wir Helm und Schuhe machen ich mache das äh jedes Team leften ja ja er hat uns gerade gesehen ach so dass er ist wenn sie feiern wahrscheinlich äh äh kann ich kann ich grad bei irgendein von euch schlagen zur Probe ob er Gladiator bekommt ich kann jeden schlagen ja dann bekommt ihr wahrscheinlich doch Gladiator schreit lieber nicht ja T-Leap Sprech dann können wir uns nicht mehr hauen äh gleich noch mal heißen echt können wir uns nicht mehr hauen so ja nach Hosen gleich hat jeder ein Chiff Blatt ja ähm kann ich mal ausprobieren ob einer ähm Cannibal bekommt wenn ich einschlage gib mir die Hose, gib mir die Hose noch einer hier ich schau wie weit sie dann fernst du sollen wir gleich Schatten gehen? die, die farben sich auch Schade, dass man Pickpocket nicht nehmen darf ich farm einfach in der benachbarten Höhle kannst du mein Schwert noch entchanten? ne, hast du nicht ach klar, ich hab ja auch ein ich weiß nicht, dass wir streamen gerade bestimmt angehören ich hab auch meine Schaste geredet vor noch halb xp, kann ich den Schaden ich geh jetzt gleich wieder, echt, oh was ist mit dem ausgeschaden? kannst du meine Schaste entschaden? ich habe keine xp warte, und hier ist ja nichts mehr drin alles weg, sollen wir schon handen gehen, Leute? hat jeder schon ein Chestplate und Schuhe? nein, lasst unseren Vorteil nicht weggehen jetzt müssen wir auch farmen hat jeder eine Hose? ja ja, okay, dann fangen wir mit Boots an soll zweimal zwei Kimboots haben ich nehm einmal und hier, Manu ja, ich brauch' Dings wir brauchen noch mehr Eisen, ne? wir brauchen noch mehr Eisen, ne? ja, ich geh aus ähm, ja, aber am besten nicht mit dem scharpens Eisen-Schlötter mit dem anderen ich brauch' keine Spitzhacke oder ein Ersatzschwert, oder? nein, vermutlich nicht Leute, wir brauchen unbedingt noch, äh, Ersatzstuff, ne? also, ich mein' Eisen mehr vor allem noch Eisen ja, ich fang' grad schon noch Eisen in anderen Höhle ich auch und ich schwör', wenn einer dumme stirbt wie weit ist das Mini-Dies von uns weg? nein, so weit das ist bei Ihnen ich kann mit Kangaroo ja, Mario, geh du mit Kangaroo hin nein, bist du behindert? das ist genau in diese Richtung von Ihnen aber wenn wir die erst kriegen ja, obwohl, ja stimmt, genau bei denen lass' es lieber er kann mir jetzt eben ein Schwert geben weil ich hab' keine Bock, mein Schaum ist eins Eiszeit kaputt zu machen ja, komm her, Meckles ich komm' und ich brauche noch hast du okay ich hab' ok, ich ein Schaden schon mal Lass'n' Creeper, ich geh' da weg Meckles. Leckles, F1 und noch richtig viel Pilze äh, nee, nee, warte ich hab' noch ne Öko, äh, warte ich hab' noch ne Eisem ich hab' noch ne Eisem ich hab' noch ne Eisem aber alles Schaden ist in einer Protection nix fail gewesen das ist schon gut hat einer einen Steinschwert oder so für mich? weil das den Benutzern viermal vom ist jetzt egal, wir müssen jetzt wirklich ja, wir müssen von Anfang an ganz so schnell wie möglich zu gehen ich hab noch mal ein bisschen weiter weg gehen die können auch nicht trappen so richtig, oder? da ist Creeper lasst mir den killen, ja egal ich hab nur mal 22 Eisen, das dürfte für alle voll reichen, oder? einer bitte für jeden Stein Tools machen ich hab Stein Tools ich hab auch schon Stein Tools ja, ich hab keine, kann mir bitte irgendjemand mitmachen? ich muss mal fahren wie siehts aus mit Belustung, hat jetzt jeder, ich hab noch Eisen gefunden ne, ähm, ich brauch noch Schuhe und Helm, aber ich hab noch 22 Eisen äh, wo ist das Specialist, das sind 680 für Korreten ja, die Farms, die Farms auch, die Farms, die Iron, komm, ich komm wieder wie viele Views haben wir eigentlich gerade? ich weiß nicht, und es interessiert mich jeder nicht, das ist scheiße, wir müssen das einfach gewinnen, Alter, für Deutschland das ist das so ein Team das müssen wir in Deutschland, Deutschland über alles in Chat schreiben oh mein Gott, schockt das Lebenszombie von hinten äh, ja, da denkst du voll wenig ähm, ich mach noch mal Boots für einen, jemanden so, wer doch keine Boots hier McDonalds tun wir noch in den Ofen Alter, das ist wieder ah ja, genau, ich farm noch bisschen Fleisch von Kühn Fiest, ne egal, lass, lass den Fiest gehen wir müssen weg, wir müssen weg, wir müssen weg wieso das ist wichtig? wir farm noch schnell das Eis und bei 3 Minuten gehen wir ok? ja ok nein, wir müssen jetzt gehen ja, stimmt, wir, wir müssen das Fiest noch defenden können wir noch Feuerzeugen oder kann ich ein Wasser einmal haben? einfach mal hinter euch passt auch auf Creeper, ne, ich schwör bitte macht kein Jitter-Kling, ich schwör die Schwerter sind verzaubert ja, ich muss Jitter-Kling ja, ich muss Jitter-Kling kann ich nicht schlafen, ich muss mich schlafen ja, wir haben wirklich Ersatzschwerte, ne? ja, wir haben wirklich Ersatzschwerte, ne? ok, äh, braucht man hat jemand noch ein Eisenschwert? ja, ach so, du hast noch nichts, ne? ich hab dir doch alles gelaubt können wir noch ein Eisenschwert machen? und ich brauch, bitte macht mir irgendjemanden Stein-Kling die sind 15 Iron noch im Ofen, verteilt die mal oder so ja Mac, hast du? ok, genau Alex, Helm noch? hm und, hat irgendjemanden Holz? ja, ich hab welches und er hat Schrecken noch ja, kann ich Wasser einmal haben? ich hab keine ich geh mit dir in deinen, ich hab keine Schuhe ich brauch noch Sticks, ein Sticks, ein Sticks ja, er macht dir, er gibt dir Sticks hier hinter dir ja Thorax, schau mal, ob die schon beim Fiest sind äh, warte, ähm, ich encharte das mal wir wollen ne, sie bewegen sich immer noch nicht sie bewegen sich immer noch nicht aber wenn wir das Fiest haben, haben wir ja, wir müssen jetzt zum Fiest einfach äh, hat jeder Full Iron? ja, wir werden entscharten jetzt, los ja, kann man ja, entscharten ne, wir müssen Eisen drausdöse, ich drausdöse nicht selbst hast du meine Hose auch noch entscharten? willst du mein Kunstpanzer auch noch entscharten? äh, Schutz, eigentlich kann ich ihn noch machen oh, mach ich jetzt hier, 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 hier hier, hier gib mir bitte meine Chests zurück da hab ich doch ich bin so dumm, dass sie nichts ist bis jetzt, ey vor allem Glück nehm mal das Eisen raus mach mir so kann ich, kann ich drei Eisen haben? Leute, ich muss gehen, wir müssen gehen wir müssen gehen Leute, kommt hoch Leute, kommt hoch ihr da, ich hab immer noch äh, Slash, Fies ich hab schon, ich track schon ok, noch nicht weg, noch nicht weg, noch nicht weg, noch nicht weg, alle zusammen, alle zusammen los jetzt was macht ihr da? ey, wir kommen wir sind mal alle ganz ruhig, Witze wir sind in der Überzeit, wir dürfen das nicht verlieren, alle hoch jetzt ok, komm mit Leute, Achtung Creeper, ne ja, warte, ich kill den, ich kill den nein, nicht kill, ignoriere ihn ey, Specialist oh mein Gott ja, gar nicht knapp oder so ich hab noch ein Stabless 1, Ersatzschwert ich bräuchte auch ein Ersatzschwert nein, ich hab, ich brauch, ja, dann egal ja, ich hab noch ein Ersatzschwert für Notfall aber auch ein Ersatzschwert wenn, wenn nicht, wir sind ja alle überzahlt, dann geht eben einer weg und macht sich ein neues Steinschwert oder so ich, ich hab nur 40, 40 Recraft, ne, aber egal ja, egal, ich hab noch ein Ersatzschwert das ist egal, wir sind Überzeit, wir haben alles schafft 1 wer will mit Titi Master, ne wer will mit Beziehen, ich bin der Streamer ich geh noch ein paar auf den Weg, noch ein paar Mutten, ne das werden zum Beispiel nein, lass, wenn du eine Grippe stirbst, ich schwöre, ich bring dich um nein, ja geh jetzt einfach zum Fies einfach zum Fies, wenn wir siehst, haben wir so gut wie gewonnen das Fies ist auf dem Berg aber die anderen sind nicht am Fies was Fies ist hier, oh mein Gott bitte haltet euch einfach weg von den grünen großen Penissen ich bin erster oben, da ist die ich bin zweiter, zweiter, easy trackt es ihn, trackt es ihn nein, wir tracken uns nur gegenseitig warte, ich sag wie weit die weg sind wir sind 300 Blöcke weg 300 Blöcke weg 200 oder 300? 300 hit down wir sind 300 Blöcke weg, stark und vitro und Titi Master? wie gesagt, du kannst in Slash Target auch einzelne Leute tracken eine Minute schaffen die nicht sie kommen, sie kommen, sie kommen, sie kommen sie kommen, sie kommen, sie kommen aus der Richtung, sie kommen aus der Richtung 2,5, sie kommen aus 2,5 aus den Dschungeln Leute, 2 looten das Fies, die anderen 3 bleiben vorne an der Kante, ok? ok, wer lootet, wer lootet die besser denn nach vorne, die besser denn nach vorne, Leute äh wer hat den Schatten schnell wer hat am meisten Enchanted? die die am meisten Enchanted haben nach vorne ähm, also ich hab noch 3 Level, aber ich hab gar keinen Rest noch Enchanted ok, wir sind da, wir sind da, wir sind da Lex und Mac, Lex und Mac is looten Lex und Mac is looten draufgehen, draufgehen, alle drauf er wird so fies alle auf Stark, alle auf Stark, alle auf Stark eh, zwei sind Fies Fies so, Fies so ich falte Stark ich bin auf T-T-Master Dings gehen auf Nitro Hilfe bitte jemand bei Stark der schneidet und der lootet das Fies Nitro ist unter Fies auf Stark, auf Stark bitte Stark bitte Stark ich hab, ich hab nochmal Hose und Helm für einen von euch ich kann den Gislein nicht alleine fahren bitte helfen wir jemand, Leute ja, ich helfe, ich helfe ich helfe ich geh auf nichts vor, okay alle auf Stark, alle auf Stark, der Slow T-T-Master ist runter vom Fies ey, wir müssen hier ey, komm doch bitte Lex, ich helfe gegen Stark ja, ich komm, ich komm, bin da lass den jetzt alles kalt zu be warned, die ganze Zeit wenn wir den haben, dann haben wir einiges weg hilf mir wo bist du, wo bist du er hat seine Braumpilse gedroppt T-T-Master dir Zeug ja, wir haben auch ein Tier ich werd to be warned hilf bitte irgendjemand, wir müssen Stark to be warned Grazi, hilf, hilf, hilf Manu ich komm, ich komm, Manu, komm Töte Stark, verfickt nochmal bei mir ist da kein Brüssel Mario, Mario unten ist Nitro lass go lass auf T-T-Master Leute, alle fokusen, ne Scheiß auf mich, ich hab für jemanden, die er sagt und die er posten und äh du warst voll im Boden bei mir, Lex Mario, Hilfe gegen Nitro ich kann dich aber nicht boosten ich kann dich aber nicht boosten du meinst, wir können uns nicht boosten, ne sie haben, sie haben ja, T-Craft ist abgedroppt ok einer hat voll viele Pilze in Chester eingetan, für Fies ja eigentlich, ich kann eine Musik sein Leckes, lass einfach T-T-Master fokusen, ok hinter euch Nitro oh, ich hab gelackt, da ist noch der andere ja, Standbild, ist aber die kommen wieder zum Fies aber, aber sie werden nicht hochkommen Fies ist leer auf Nitro Nitro ist low ich muss weglaufen hab ich gemacht Nitro ist low Scheiß, ich auch dann geh weg, geh weg, geh weg so, T-Master, das Helm ist kaputt yo los, du kriegst mit'n Ninja ich bin alleine hinter Nitro und er läuft weg ok ok, T-Master rennt weg der ist, T-Master ist low und zu der hat keine Suppe mehr der rennt nur noch Scheiß, das Helm ist kaputt ey, T-Master er hat keine Suppe mehr der ist geht gleich ich glaub, T-Master fokuss den anderen, fokuss den anderen ihr würd schicken ne, Legs gönn ihm dir, lass Legs him, lass Legs him ja, passt ich geh mit drauf er, er hat ja gerecrafted lass Legs den, den Quaterquell achja so wir teilen, wir teilen, wir teilen wir teilen, wir teilen, wir teilen, wir teilen nein, ich mach keine Suppe mehr ich will das nicht noch peilig machen T-Shin, ja Legs, Rache ha, Rache ja, Rache ja, easy on, was ah, geil ihr könnt aber auch gewinnen, ne die anderen, die rennen, die rennen weg und equipen sie Abnito Abnito du musst auch noch einen killen, ja nice nice hat gelag, deswegen oh, scheiße, ist auf dem Baum, Mario du musst den Hunde Känguru wo ist der andere äh, ich hab übrigens nochmal zwei Helme und Hose für einen von euch Legs Schieren, nimm du mal ich hab 40-40 ich hab 20-20 und nix zum Rekraften die erzeugt oh hey, geht dran äh, hat einer, hat einer rote Pilze ich hab keine roten Pilze ich track, ich track Schiso äh, hat einer rote Pilze von euch ich hab gar nix mehr komm, wir Leute, wir gewinnen das jetzt 5 wie 0 ja, aber ich, ja, aber ich hab eine Bar, ich hab eine Bar rote Pilze der ist aber 50-50 ich weck stark, der ist hier lang hier, hier, hier da, ich weck stark ihr, die sind hier lang ja, ich hab halt nur eine Bar, aber egal diesen hier, diesen, diesen komm her, gib dir Rekraft, gib dir Rekraft ich hab 40-40 Rekraft die sind 38 Blöcke weg die sind hier oben, oder? die sind auf dem Baum die sind auf dem Baum Jompas deaktiviert, oder? ja das haben wir mich deaktivieren lassen oder ist die hier unten also Scheiße ist auf jeden Fall Kängurus, weiß ich ich brauch braune ich glaub, der ist hier unten äh, ich hab braun, aber ich brauch rote hier, ne Maturatshälfte komm, wir lass gehen los okay, warte, 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 warte warte, warte, warte äh, tschau, hier, rüstung äh, ich nehm die Hose nimm, nimm, nimm äh, sie erschwert okay oder gib mir die Schutzhose die ist besser mhm wer ist der Specialist? ich, aber ich hab nicht ich hab' einen Creep explodierend hören, wer war das? ja, das war ich, das war ich Leute, wo sind die? trakt die doch die sind glaub ich auf dem Baum ich, äh, ich track jetzt stark, starkes ja, die sind auf dem Baum auch ich sehe sie da oben sind sie schlupf ihn runter und er ist tot am fall damage nein die sind beide kangaroo glaube ich ja aber wenn ich ihn schlagen kann dann bin ich ninja ich ihn schlag bitte einen von ihr runter ohne spaß bevor du schlag sie weiter runter ich will auch kill's aufpassen leute ne, sind das die letzten beiden ab ihn unten ok ich glaube es läuft in der anderen ich glaube den Baum wieder ich komme nicht nach ich komme nicht nach weiß nicht wo die sind will mich drin schon ich will mich drin schon aber brauchst du Kills für Quarterfell ist nicht mehr mit mir nichts gemacht nein 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 wegen Rache im Quarterfell ich habe ihn wieder runter mach ihn runter ich muss gegen ihn auf den Baum halten ich bin runter ich habe ihn wer hat betrayed ich bin die Team Master die ja im Quarterfell da bin ich deswegen siebte geworden also so lass mich nur die Worte bitte ich will auch die Worte kommen lass mich ernst nehmen Bitte Mario, lass mich Er ist rot, dein kill Yes, mein kill Ich bin einst der kann kill hatte, ihr seid dumm 5 5 wie 0 5 wie 0 Leute Oh man, wir haben Hochhaus gewonnen, ja Alter, ist hier weg Und ich hab noch 40 Ja, ein Screenshot Und ich kann nicht verschreiben, ich wurde für Spam gelootet Das kann jetzt lieben, ja, ne? Ne, lass noch mal warten, lass das passiert Schreib ja, ich schreib ja Wie easy das eigentlich mal? Wie schnell es ging? Wollen wir hier einen T-Kende machen? Leute Okay, das wird jetzt ein witzig Ja, ich hab kein Stuff, ne? Ich hab ein paar Lanzibs geben Ein paar Lanzibs geben Is free for all oder was? Lass ja auch auf A verhalten, ok Nein Nein, ich hab keine Pilze Dann, dann soll man eine Pilze geben Schreib mal auf der MLT, äh, machen können, bitte Warte, mach ich schon Habe ich schon Genau, mal eine Fresse Ich bin auf meine Fresse Kopp, alle, alle, alle Ja, wir haben gewonnen Drehen! Drehen, alle nach vorne Ich seh dich nicht, ich merk es Drehen, 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 drehen User join your channel Ja, ok Nicht sneak'n Legs Hallo? Wie haben die Strecken eingeladen! 5-0 gewonnen 5-5 ohne Sparflop was richtig gehalten als von dir ist meiner Meinung ist schon der größten Weg gestorben nur er hat es hat er mit dem Server aber das hat er auch so gewonnen oder ja ich bin ausgeteilt ja ich ich komme nicht mehr auf den Server genial ohne Spaß und wir haben immer noch zu ihm zu schauen und stück auf L ich bin ausgeteilt hat einer Steaks aber ein einziges gibt es mir ich darf jetzt dann den ersten Wind an uns halt zu schreiben ne ja morgen direkt nächstes Match hab ich gehört es macht richtig Spaß besonders wenn einer direkt am Anfang stirbt vielleicht lässt sich mal so nachmittags was organisieren wenn du Zeit hättest ich kann nicht so hoch ich guck jetzt mal eben die Zeit oder was das ist so breit das kann schon ach stimmt das er zählt oh ich ne aber bei uns sind von 30 Leuten 20 in Italien geil Alter ohne Spaß welches Skype? Unsere Skype-Gruppe oder was? ja natürlich unsere Afrik-Skype-Gruppe ich sabbatin zu ihnen weil ich so nett bin eat my chicken weil ich hab so Pommes-Suppen Alter ja Bonus-Bees beim Pit ja können wir suchen's ich finde es erster oh mein Gott hey wake up ich glaub er macht auch soweit als äh Gautor Bench für Twinkfly Flex mh während ihr gespielt habt, hatte Infekt gut zeitig 80-Gruppe hat einer von euch im Bucket für mich? Moritz bin ich immer noch in der Top 10? Warte kann ich noch kurz mit der Vorne-Project-Boys geben? immer noch Leute wie viele Kills hab ich Vorsprung von dem fünften? Leute ich würde mal mein Easy Team win ja nice als schlägst du mich ja? Soll ich dich fütten oder was? Flex ja bühne Runde AG haha haha bester Wochen-Abschluss-Ohne-Spaß ne ich glaube ich hab so was das Kenny-Bildeschwein ach stimmt ja Leute bitte mal mein Easy Team win ja ich hör überhaupt nicht lol ähh warum hast du verlassen? wer hat verlassen? niemand hat verlassen Redstone-Mafia ist äh die Config gelöftet ah ne ah oh du kleiner Bastard alter hat der hat der nur so getan oder was? ja er er hat slash me gewonnen ok oh mein Gott er wird in die 5-0 gezogen oh mein Gott oh mein Gott das ist so genial ok ich wurde gecleared Leute ach es wurde auch gecleared klick genau jetzt gespielt ich wurde gecleared nein es wurde gecleared Nein es wurde gecleared ich bin immer noch von der HG bin immer noch in die Gleim bin noch in die Gleim bin immer noch in die Gleim oh mein Gott Gleim Gleim sorry portvollhunger swayportvollhunger hr ruch macht Stärke und töße ihn ruch hr und wir haben immer noch ganz mehr Acht ah was du einfach mal was warum er hat eine Bar, ich hab keinen Schwert mehr ich hab keinen Schwert ich hab einen Schwert gecrafted, so jetzt go du, das wie ich mein Schwert ja, erstmal ohne... ich hab einen so krass gelackten, ne? 4 Scharpschwerter ja, und dann nochmal direkt hinterher noch immer Schutz also ok, eine Bar ein Eisenschwert damit ist alles bestätigt, dass ich gut trainiert hab obwohl ich keinen Fehl gemacht hab ich hab einen Schwert am Anfang, ich hab das da ziemlich gut vom Feast weggekommen, Mode aber dadurch, dass er das neu war hat mir das schon ein bisschen Probleme bereitet ich hatte so Glück beim Feast, die hatte zwei äh, die haben einen Chestplate und zwei Tierhosen ich hatte zwei Hosen und drei Helme der Fehler von ihnen war auch, dass sie sich geteilt haben und alle weggerannt sind ja, das war echt nicht gut, weil du warst halt Ninja und du konntest ja richtig easy ziehen wer hat eigentlich die ganzen Kills bekommen? Ich hatte einen, ich glaube Lex hatte ich hatte auch einen ich hatte auch einen aber egal, das Wichtigste ist, wir haben gewonnen und das ist 5 zu 0 ne, es geht eigentlich nur um die Kills für die Stats Hör mal auf, ich zau'n hör mal auf, ich zau'n ja, aber unverwiegend Wüstung eigentlich hör mal auf, hör mal auf, bitte hör mal auf, hör mal auf, bitte nicht, hör mal, nicht, hör mal er hat's ja, jetzt es war einfach eine ganze Planung, jetzt lohnt es sich aus dem Nachhinein das Genialste war Eid was deine Rache an TT Master bekommt Ja, ohne Spaß, das war mir das Allerwichtigste. Was geil ist. Das ist aber übel cool, wenn er jetzt. Ich wurde rein, bis hier fehlt. Ist er jetzt fighten oder was? Neee. Okay. Wer geht, ich bin oben. Neee. Kämpfen wir jetzt oder wie? Komm mal wieder rein. Mario. Ich brauche es nicht. 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 Nein. Fucking fake. Ich muss auch rein. Wow. Oh god. What the fuck? Ich will spectreiten. Hä? Ich bin da rausgeflogen. Das ist dumm, dass der. Holy. Da bin ich mal das Spechen würde. Ja, du kannst jetzt eh nicht mehr rufen. Oh, wie gemein. Ich verabschiede dich. Ja, ich würde auch sagen, dass jetzt nach dem grandiosen Match und einem 5 wie 0 der perfekte Augenblick, um den Stream zu beenden. Wie es aussieht, können wir also auch in unserem technisch gesehen den nächsten Stream wieder fortführen. Und bis dann Leute. Ciao. 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 Mal pisst. Ich will mir das Ende vom Stream noch angucken. Wir suppen auf den noch, oder? Kein Bock mehr. Ich habe noch eine Suppe. Bitte greif mich nicht an. Ich bin ja tot. Geht mal bitte weg auf meine Ecke. Geht weg. Alle auf Meckles. Geht weg. Geht weg. Ich bin tot. Meckles. Ich habe auch ein halbes Herz. Ja, spring rein. Komm wieder rein. Ich will Meckles noch bekommen. Ich habe auch nur ein halbes Herz. Nein, Baby TP. Ja. Ja. Wer hat gewonnen? Wer hat gewonnen? Niemand. Ja, ich habe gewonnen. Ich will noch. Wie viel hattest du noch? Ich habe verloren trotzdem. Äh, zwei Suppen. Ich fahr die ganze Zeit, Kingroos habe mir einen Fallschaden bekommen. Ich gehe jetzt mal kurz auf Minecraft, da spielen sie doch immer. Ja, ja, lass mal auf Minecraft.